Hallo, die Gartenmoni ist wieder. Ich wollte euch ganz kurz was zeigen. Und zwar habe ich gestern Tagetes gepflanzt und jetzt schaue ich die an und sind ein paar von den Schnecken angefressen. Die Schnecken finde ich natürlich jetzt nicht unter dem Tauch, die haben sich irgendwo verkrochen. Aber ich mache jetzt Folgendes. Schaut mal mit her. Hier sieht man, dass sie überall angefressen ist. Seht ihr, da die Blätter. Während an der da, da ist gar nichts, komischerweise. Vielleicht ist, weil das eine andere Farbe ist, schmeckt der Schnecke nicht so, keine Ahnung. Also, damit sie nicht jetzt meine ganze Takete bis morgen auffrisst, gebe ich getrockneten Kaffeesatz rum. Streue ich ringsherum, weil die Schnecken, die krabbeln nicht über den Schnecken, äh, über den Kaffeesatz drüber. Die mögen das nicht. Die mögen auch den Kruf nicht, die kommen auch gar nicht so her. Und vorsichtshalber nehme ich noch so ein Streu, das habe ich noch von Hamster übrig. Ich wollte schon in den Kompost schmeißen, aber jetzt ist das ganz gut. Ich streue das auch noch zusätzlich mit rum, denn über diese Holzspäne und über das Streu gehen die Schnecken auch nicht drüber. So. Wenn es natürlich jetzt regnet über Nacht, dann muss ich morgen das noch einmal frisch machen. Aber ansonsten ist das einmal bis morgen geschützt. Ich schaue das morgen nochmal an, aber ich bin mir sicher, da passiert jetzt nichts mehr. Ja, das war mein kleiner Tipp für euch. Könnt ihr mal ihn ausprobieren, könnt ihr mal einen Kommentar drunter schreiben. Und wenn euch der Tipp gefallen hat, einen Daumen nach oben, bitteschön. Und abonniert meinen Kanal, dann versäumt ihr den nächsten Tipp nicht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.